Katsch! Ich nehme es! Ist egal, das fällt immer drauf zu wollen. Ja, ja, nein, nein, du bist ja schon recht. Also, das ist jetzt immer das Unw-Frühstück, ja? Energie-Kur und Kaffee-to-go. Öko-Brot. Na, ne, so Öko ist es glaube ich nicht, aber... ...schmeckt zumindest so. Aber es ist echt kraft, also Koffein und Naturprodukte. Ähm, bis halt unsere Kaffee-Maschine dann endlich mal aktiviert ist. Ich weiß nicht, wann sie die ausgraben. Wahrscheinlich, wenn wir sie vier Tage durchgehalten haben oder so. Wie war der erste Tag so? Anstrengend, ich fühl schon meine Muskeln. Aber es war voll gut. Also, ich hoffe halt, dass wir heute noch mal irgendwann hier vorne und stylisch werden müssen. Soll ich da mal so viel Kaffeein steigen? Ne? Ne, es reicht. Heute wenden wir uns mal an die Dekoration-Sachen, die ich da bin. Und die Folien aufhängen. Oder irgendeine Freikeständer. Und mit Kleister und Plakaten verlegen. Das würde ich heute gerne machen. Kleister und die Tranken. Das war's. Und wir blocken das natürlich alles hier, live, vor Ort. Cut.